Hallo bei eGroupware. Wissen vermitteln, Schüler begleiten oder sie im richtigen Moment unterstützen. Das waren die eigentlichen Aufgaben des Lehrerberufs. Belastungen für Lehrer fallen heute allerdings zu einem Großteil außerhalb des Unterrichts an. Organisatorische Aufgaben und Verwaltung nehmen immer mehr Raum ein. Konferenzen, Zeugnisse, Hausaufgaben und Klassenarbeiten, Förderempfehlungen, Elternabende, Wandertage, Klassenfahrten, Pausenaufsichten, Krankheitsfälle und Vertretungen, Schulfeste oder Weiterbildungen. All das soll quasi nebenbei koordiniert und geplant werden. Viele Dinge, die unter den Überbegriff Organisation fallen, sind mit einzelnen Listen, Tabellen oder Aushängen nicht mehr überschaubar abzubilden. Immer wieder fragen Schulen uns deswegen nach passgenauen Lösungen zur Koordination, zum gezielten Zeitmanagement und zur Vernetzung der Lehrer untereinander. eGroupware bietet hier ein System zur schulischen Organisation das Überblick über die Termine von Schulklassen und Lehrern oder über das gesamte Kollegium schafft. Je nach Bedarf werden Kalender zur Koordination von Hausaufgaben für Krankheitsfälle oder Konferenzen angelegt. Diese können einzeln oder variabel zusammen abgebildet werden, sodass Überschneidungen direkt sichtbar sind. Als Klassenlehrer lasse ich mir zum Beispiel die Termine meiner Schüler für die Woche anzeigen und entscheide dann, ob noch Platz für weitere Hausaufgaben ist. Besserer Überblick für die Lehrer bedeutet in dem Fall bessere Verteilung von Aufgaben und somit eine Entlastung der Schüler. Genauso können auch alle anderen Lehrer sich die Tages-, Wochen- oder Monatsübersicht ihrer Klassen aufrufen und so die nächste Klassenarbeit oder anstehende Ausflüge besser planen. Ein Termin für eine Klasse ist schnell angelegt und damit sofort für alle sichtbar. Zum Funktionsumfang von eGroupware gehört außerdem ein E-Mail-Modul, mit dem jeder Lehrer eine eigene Adresse bekommt, sich aber genauso leicht Gruppenadressen erstellen lassen. eGroupware ist mit jedem Mobilgerät synchronisierbar, ob Smartphone oder Tablet. Alle Nutzer haben von unterwegs und von zu Hause jederzeit Zugriff auf Termine und E-Mails. Fragen Sie uns gezielt nach Lösungen für den Bildungsbereich. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Schulen entwickeln wir passgenaue, zeitgemäße und sichere Software für die Aufgabenorganisation von Lehrern und Schülern.